Tony Krausinis Sohn schreibt Wunschzettel für YouTuber an den Weihnachtsmann. Lieber guter Weihnachtsmann, die beiden Engel Penny und Dennis warten auf einen kleineren Penis. Die World Wide Wohnzimmerer sind zwei YouTube-Dickschiffe, haben Ruhm, Geld, Ehre und Mr. Trashpack im Würgegriffe. Was soll ich ihnen wünschen? Was sollen sie haben? Als Gast vielleicht den Tanzverbot? Doch dann flippt mein Vater aus, es wäre ihr Tod. Vielleicht ein Threesome mit Bibi und Dagi. Ach nee, das wären ja Foursome. So gibt es Weihnachten für sie noch Magie. Oder Magie? Tony's Sohn.